Wie du die extra mich aufmachen möchtest. Ich habe dieses Mal auch den richtigen Knopf gedrückt. Dreieck und dann musst du nach hinten drücken und Kreis. Dann hüpft er so nach hinten. Was tust du hier? Ich glaube mit irgendeinem langohrigen Typ. Hast du dich gerade an Mido vorbei gecheatet wieder? Wir haben die ganze Arbeit gemacht und das Date kriegt jemand anderes. Ich mache nicht so gerne den ersten Schritt. Sexloser Gastgeber, ja. Der dann aber halt Gefühle bekommen hat. Viking war besagt gerammt. Sie ist auf hart. Was? War wieder jemand ein bisschen notgeil. Ist okay. Das war es nicht so schön zu Captain. Das war er in der Nähe der Zeit. Ich war immer noch nicht die ganze Zeit. Ich war immer noch. Vielen Dank.